achtung bitte nicht nachmachen so was kann zu akuter lebensgefahr führen wir haben alle nötigen sicherheitsvorkehrungen getroffen und wir waren auch gut vorbereitet das ist nicht ohne weiteres einfach so zu machen nun viel spaß mit dem video so leute damit ihr es mal seht wir haben 0 grad celsius draußen liegt schnee ohne ende es schneit auch etwas und mein kumpel möchte in diesen fluss dort springen bei dem wetter also das wäre der fluss wo mr professor janik reinspringt und hier hinten gibt es so ein kleines staubecken muss selber aufpassen dass ich nicht ausrutsche und reinfall und in diesem staubecken möchte eine runde schwimmen gehen bei diesem wetter achten so ein bisschen drauf wenn du mit meinem handy bilder macht dass der luftballon nicht drauf ist der würde mich stressen aber wenn dann ist nicht schlimm aber einfach versuchen hast du neoprenanzug dabei nein nein so also das ist nicht ohne im sommer bin ich hier schon rein es ist arsch kalt und ich möchte gar nicht wissen wie kalt es jetzt ist so also gleich geht es weiter der zieht hier noch um so los geht es mit schnee einseifen um abzukühlen ich bring mich mal in position es ist relativ laut hier oh man ich hoffe das wird gut gehen oh man der ist echt irre da hat es locker minus 5 grad da drin eine kurze pause eine kurze pause wie mr jan exakt wie mr jan exakt da sind ein paar leute da hinten oben so ich mach auch mal ein ne ich glaub es geht gleich weiter ne weiter geht's pause ist vorbei hat sich kurz aufgewärmt an der wärmflasche er möchte unbedingt ein paar Bilder auf seinem Handy aufgewärmt 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 so ich glaub er wird zufrieden sein man es ist arsch kalt so mach das wie fühlst du dich also ich kann gar nicht klar denken echt scheiße fall nicht um oder so und ich spür meine haut nirgendwo ich spür nix scheiße auch die lehnt eigentlich deswegen ich muss den Punkt ziehen alles klar so janek scheiße die hose ist voll nass ja ja willst du die echt anziehen ich hab ne jogging hose ja die wird auch nass du musst alles anziehen wenn sie fertig sind ok wie geht's ich hoffe dir wird es noch gut gehen heute ja ich stell mir nach ne Fütze ein echt so so wieder zurück im Auto immer noch 0 Grad mit Schnee aber gestern wollte ich es nicht machen gestern muss es auch gerade okay so noch ein Bild mit dem Schneemann ich muss ein bisschen zurück gehen ich muss ein bisschen zurück gehen machst du gleichzeitig Bilder gell ja warte ich muss einfach abmachen über ein paar Agenau oder wie geht's jetzt ich p bék die ich meine dro chapters